Ich stehe hier vor der vielleicht einflussreichsten Psychiatrie der Menschheitsgeschichte. Vor sieben Jahren wurde hier ein Mann eingeliefert, der behauptete, der intergalaktische Botschafter zu sein. Heute wissen wir, der Mann spricht die Wahrheit. Herr Botschafter, was genau war Ihre Mission hier auf der Erde? Ich sollte Kontakt mit einer Hochkultur aufnehmen. Leider konnte ich die Mission nicht durchführen. Vielleicht hat mein Nachfolger in 10.000 Jahren mehr Glück. Herr Botschafter, danke für das Gespräch und gute Heimreise.